Einen wunderschönen guten Tag liebe Freunde und herzlich Willkommen zurück hier bei Turok 1. Tja liebe Turok 1 Freunde, letztes, ich muss mich mal fürs letzte Mal entschuldigen, ich bin nämlich immer mehr zum Mikrofon abgesunken und habe dann natürlich so sehr da reingebrüllt, dass es total übersteuert ist. Ich habe schon den Ton so ein bisschen dann zurückgeschraubt bei der Folge, wo das war, aber, oder beziehungsweise bei der Aufnahmereihe, aber es hat leider nicht so viel gebracht, das war ein bisschen blöd, aber gut, Sachen passieren, das machen wir dieses Mal ein bisschen besser und jetzt muss ich mal überlegen, was wir eigentlich machen wollten, ich glaube Level 4, oder? Das war Level, Level 4. Ist das richtig? Wir wollten Level 4 machen, ne? Ja genau, Level 4. Okay, nee, dann ist es ja richtig, dann lass uns mal, oh, wir hatten ja dieses schöne Maschinengewehr gekriegt. Okay, wir gehen da mal rein und, äh, eins, zwei, drei. Und ich glaube, da kam noch her. Ja, natürlich. Alter, ist dieses Gewehr gut. Das ist ja richtig gut. Oh, da hinten, ich sehe da schon einen. Wir versuchen das mal mit der alten Technik. Oh, der hat nicht viel ausgehalten. Die Musik ist echt gut. So, da hinten steht einer. Oh, der hat voll daneben geballert. Moment mal, ich habe gerade was gehört. Okay, der ist tot. Da oben ist einer. Ähm, da ist der Baum im Weg. Ich glaube, ich erwische den nicht. Ist auch egal. Gut, was ist hier hinter? Okay, wir haben Munition gekriegt. Ich weiß nicht, ob er sie gebraucht haben. Alter, voll erschrocken. Ähm, warum kann ich da runter? Komm, uah! Wir machen das einfach mal. Ach ja, wir spielen ja wieder auf normal. Diese Entscheidung war, glaube ich, sogar die richtige. Weil sonst, ähm, wäre ich die ganze Zeit über gestorben. Und ich glaube, das wäre... Was ist das für ein Geräusch? Alter. Also, ich glaube, das wäre auf Dauer nicht so schön gewesen. Und, ähm, ich spiele das Spiel, weil ich das mal wieder durchspielen möchte. Weil ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, weil es halt, wie gesagt, schon sehr lange her ist. Und früher, ne, da hat man das Spiel ja nicht regulär gezockt, sondern da hast du das immer mit Sheets durchgespielt, weißt du? Wo du noch klein warst, da fandest du ja Sheets richtig cool. Und, aber in Wirklichkeit hat das so den Spielspaß einfach genommen. Das wurde mir dann jetzt erst bewusst, wo ich jetzt in diesem Alter angekommen bin, wo man Spiele einfach mit Genuss spielt. Halt so, wie sie regulär gespielt werden. Okay, wo komme ich jetzt hier hin? Ich bin gespannt. Was ist das denn? Ähm, okay. Ein neuer Gegner, der ziemlich viel aushält. Boah, ey. Da ballerst du ja ein halbes Magazin rein. Dieser Raptor hält zum Glück nicht ganz so viel aus. Was ist das hier für ein komisches Geräusch? Ho! Wow! Hä? Wieso ist denn... Boah! Das macht solche Geräusche. Hier ist der Ausgang? Hä? Oder gibt's hier mehrere Ausgänge? Dann sind hier einfach mal größte Libellen. Ich glaube, die machen echt Schaden, könnte ich mir vorstellen. Warum ist da der Ausgang? Wieso ist der hier? Das Level scheint nicht allzu riesig zu sein. Okay, das sag ich jetzt. Aber wahrscheinlich ist es gigantisch. Es beamt sich... Okay, mit einem Pistolenschuss sind diese Dinger matsch. Das ist ja schon mal sehr schön. Wir müssen uns hier ein bisschen umgucken. Ich muss ja noch die ganzen Schlüssel finden. Ich weiß gar nicht, gibt's hier einen Bossgegner am Ende? Ich glaube nicht. Naja, wir werden's ja herausfinden. Oh, Munition. Ich hab da da grad wen gesehen. Hallo! Wow! Okay, das hat grad so geklappt. Und der hat... Hat Leben verloren. Das ist ja schon mal sehr schön. Da hinten. Ein Schuss. Bist du denn bekloppt? Dieses ist mein neues Lieblingsgewehr. Oh, dieses Geräusch. Ist da was drin? Okay, es ist einfach nur ne Pfütze. Das klingt so ein bisschen so, als ob irgendwo ein Kurzschluss ist. Okay, wir gehen da mal rein. Okay. Was haben wir denn? Cool. Ähm. Was? Bitte? Jetzt kommen wir auf die alten... N64-Gepflogenheiten, wo man nicht so weit gucken konnte. Aber das ist ja echt extrem, dass man hier so wenig sieht. Boah! Aber das ist gewollt. Ho! Beinahe abgestürzt. Ähm. Ähm. Dahin. Munition. Kann ich nicht einsammeln. Da ist aber Ultraleben. Oh! Ne. Große Energiezelle. Das ist hier für... Hä? Große Energiezelle? War die jetzt hier für unser... Ja doch, das war für das Maschinengewehr. Gibt's hier noch was? Ja! Es gibt hier noch ein paar Trifors. Hier auch. Und... Hä? Shit! Okay. Das ist nicht so schlimm, wenn man hier abstürzt. Weil dann wird man einfach wieder zurückgebeamt an den Anfang. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier gar nicht mal so verkehrt... ...wäre. Wenn wir zum Ende hin wieder da reinspringen. War hinter mir noch was? Nein, da war nix mehr. Aber hier ist noch was. Und... Da! Boah! Und hier... Und dort... Und hier nicht mehr. Hä? Wo ist das Leben? Eigentlich. Ähm... War das hier nicht irgendwo? Ich könnte schwören, es war hier irgendwo. Weißt du was? Wir springen mal kurz hier rein. Da! Geradeaus! Ähm... Das ist wirklich nicht so einfach zu finden. Da ist ja auch noch ein... Ich muss hier also im Kreis hüpfen. Da ist Explosivmunition. Ich kann aber nicht mehr davon einsammeln. Da ist es. Ich seh's. Ja! Und ich bin Terra. Und da haben wir... Yay! Ultraleben! Sehr schön. Ähm... War's das jetzt? Mal gucken. Haben wir alles eingesammelt? Tech-Pfeile. 15 Stück ist Maximum. Ja, wir haben eigentlich alles. Na gut, dann lass uns mal hier wieder rausgehen. Ähm... Natürlich lebt dieser hier wieder. Ja. Vier explosive Schüsse. Halleluja! Das schieße ich gerne einzeln ab. Weil es sehr präzise schießt. So, jetzt muss ich mal gucken, wo wir lang müssen. Müssen wir hier zu... Oh Gott, es gibt hier wieder viel zu viele Wege. Aber das hier... Müssen wir uns anscheinend noch freischalten. Da oben ist ein... Ist das ein Gatling-Gewehr da oben? Sieht der aber danach aus. Da ist ein Checkpoint. Also... Gehen wir erst einmal... Hier hinein. Weil ich befürchte, dass hier... Lebt der? Oder sind die alle ausgestopft hier? Was ist das hier? Ich hab'n bisschen Angst gerade. Das ist ja irgendwie cool. Aber auch irgendwie beängstigend. Wenn wir sterben, ob die uns wohl auch so hinhängen? Ich hab' eine ganz bescheidene Befürchtung. Wenn wir da drauf treten, dass die hier alle anfangen zu leben... Würde Sinn ergeben. Hier ist Munition. Und weil's hier so viel Munition gibt... Ist die Wahrscheinlichkeit sogar sehr hoch, dass das passiert. Was ist das denn? Sind das diese Insektoiden? Ich hab' jetzt den Namen vergessen. Die gab's bei Turab 2 ja auch. Also gab's diese ganzen Charakteren tatsächlich schon im ersten Teil. Da sieht man mal, wie ich mich daran erinnere. Nämlich überhaupt nicht mehr. Den zweiten Teil hab' ich ja gesuchtet wie sonst was. Da erinnere ich mich noch an vieles. Vor allem an die Gegner. Aber hier überhaupt nicht. Okay, da ist ein Portal. Ich, ähm... Werde mich mal ausstatten mit dem Maschinengewehr. Ich wusste es! Woh-ha-ha-ha-ha-ha! Los! Uiuiui! Das sind Schamane! Äh, waren sie das alle? Das waren sie alle! Ernsthaft? Wir haben die einfach alle so... Wir haben die einfach alle weggeschnetzelt. Sehr schön! Ähm... Ich meine, hey! Also wenn wir das jetzt auf hart gespielt hätten, ich glaube, das hätte ich nicht so gut hingekriegt. Da wären wir ein paar Mal gestorben. Boah, das fährt aber auch langsam runter. Okay, jetzt hört's auf. Ich bräuchte mal wieder neue Energiezellen. Ich glaub, ich nehm mal die Pistole jetzt. So, dann gehen wir mal durch das Portal. Okay, wo sind wir hier? Ah, ja-ha-ha-ha-ha-ha! Natürlich! So, das war's. Das ist ja... Schön hier. Da... Hier ist doch schon wieder so einer. Ach! Der lebt sogar! Ähm... Okay. Warum nicht? Mistkäfer. Na los, komm! Also sehen für mich ein bisschen aus wie Mistkäfer. Was ist das da, was da so flimmert? Hä? Oh Gott, dahinter ist ja noch einer. Ich erwisch den, glaub ich, nicht, oder? Doch, jetzt hab ich ihn erwisch... Oh, Mist! Dahinten ist noch einer. Der ist aber tot. Mit einem Schuss. Voll gut. Da unten... Ach, das ist ein Portal. Jetzt verstehe ich, warum das da unten flimmert. Ich hab zwar ein bisschen... Die Befürchtung, wenn ich da reingehe, dass dann alle gleich wieder leben. Wo sind wir denn jetzt? Ja, warum eigentlich nicht? Ich wollte schon immer mal sterben in so einem Level. So. Na, das geht ja noch. Es wird im Mitte-Teil erst schlimm. Okay, hier sind's. Hier kriegen wir aber echt viel von denen. Das hat doch geklappt. Und es wird hier schmaler. Da ist ein Leben. Okay, da muss man extra reinspringen. Ha, 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 ha. Okay, Ultraleben können wir nicht einsammeln, weil wir bei 200 Leben eingekommen sind. So. Lebt hier wieder irgendjemand? Ich hab so das Gefühl wie ja. Mal gucken. Hallöchen! Okay, sie sind tatsächlich alle tot. Na, das ist ja schön. Muss ja auch mal was klappen. Oh. Okay. Es sind nicht alle weg. Ähm. Oh, 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 oh. Mann, man, man. Erschreck mich nicht. So. Das hat ja schon mal geklappt. Die mit ihrem Blasrohr. Okay, der ist weg. Da ist der nächste. Ich glaube, wir müssen, ich muss halt mal gucken, wenn wir eine gewisse Lebenszahl erreichen. Falls wir wirklich die 300 erreichen sollten, dann werde ich das ganze Spiel mal wieder auf ein bisschen schwerer machen. Und hier haben wir den ersten Schlüssel gefunden. Das ist Level 6. Okay, wir waren in Level... Ja, Level 5 fehlt, glaube ich, noch einer. Oh, oh, oh. Hallo. Na du. Willst du mich etwa vernichten? Das hat ja nicht geklappt. So, Moment. Moment, mal eben gerade gucken. Wieso haben wir denn den mittleren Schlüssel jetzt gefunden? Was? Wo ist denn der dann? Oder die wollen einen verwirren. Das kann natürlich auch sein. Ich bin ja mal gespannt, wo wir die anderen zwei finden. Aber damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ach, jetzt bin ich hier. Warum nicht? Aber wo soll denn hier ein Schlüssel sein? Hoah! Meine Güte, habe ich mich gerade erschrocken. Dieses Spiel hat so eingebaute Jumpscares. Ich sehe es schon. So. Jetzt muss ich mal irgendwie hier hoch. Geht das? Ja, das geht. Aber wo soll denn hier der nächste Schlüssel sein? Oder hätte ich den... Naja, wir werden es ja sehen. Hier hinten ist ja immer noch der Ausgang. Hallo, Rehkits. Oh, das hat geklappt. Das hat auch geklappt. So, jetzt bist du wieder dran. Ja, tanze im Kreis. So. Wir haben 214 Leben. Hier bekommen wir nochmal ein paar dazu. Na, du willst doch schießen. Der kann nicht schießen. Der kann nur bluten. Ah! Ich voll amisch... Da war eine Granate. Ach! Der ist schon wieder. Okay, die Schamane hält da aber wirklich was aus. Der ist stark. Kann das sein, dass da der Schlüssel ist? Aber wie soll ich da hinkommen? Da drin ist auf jeden Fall ein fetter. Oh! Ich kann da runter. Warte mal. Ich hoffe, das war jetzt keine Fehlentscheidung. Da kann ich jedenfalls... Juhu! Das hat schon mal geklappt. Jetzt gehen wir hier mal im Kreis. Oh nein! Hä? Ich wollte gerade sagen... Der ist ja irgendwie verbuggt oder so. So. Energiezelle! Sehr schön! Große Energiezelle. Wie viel haben wir? 77 Schuss. Sehr, sehr gut. Ähm. Komme ich jetzt da hin, wo ich denke, dass ich da hinkomme? Den müsste ich ja eigentlich. Hm. Da drüben. Drei Schuss. Da ist doch ein Gatling-Gewehr, oder was ist das? Wir werden es sehen. Hä? Und? Was bist du? Minigun! Oh! Habe ich jetzt auch gleich viel mehr Munition? Dafür gekriegt? Nee. Hä? Die sieht wieder anders aus. Guck dir mal die Patronen an. Die sind spitzer als die hier. Okay, wir haben jetzt eine Minigun. Also, Attacke! Hahaha. Na, das hat ja mal funktioniert. Und hier kriegen wir sogar noch eine Tech-Rüstung. Da lalala lala lala. Ist hier unten auch irgendwas? Ich will da nicht runterfallen. Das ist... Wenn ich das mal klarstellen darf. Sonst muss ich da rüber. Was? Portal, ernsthaft? Musst du in dem Moment da spawnen? Höh! Oh, oh. Ähm. Höh! Okay, jetzt hat geklappt. So, und jetzt da hoch. Wollt ihr die gerade schießen? Ich will es nicht wissen. Okay, wir haben jetzt eine Minigun. Die müssen wir halt für irgendwas... Oh, guck mal. Schachtel-Patronen. Ähm. Da müssen wir halt mal gucken, wofür wir die ganz gut einsetzen können. Wieso kann ich da hoch? Ich will gucken. Ich habe da volles Leben gesehen. Aber ist da vielleicht ein Schalter? Da ist tatsächlich ein Schalter. Jetzt geht das da auf. So, jetzt ist meine blöde Frage. Da lang? Oder da lang? Da steht noch einer. Guten Tag. Ein Schuss. Halleluja. Die Waffe hat es echt in sich. Geht es da noch irgendwo hin? Nö. Ich nehme mal wieder die Pistole. Wähle links oder rechts. Ich gehe erstmal hier rechts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier der Hauptweg ist. Okay, das hat geklappt. Oh! Raptor, Raptor. Okay, Raptor ist weg. Wer schießt? Hä? Okay, das war jetzt einfacher als gedacht. Der hat versucht zu schießen. Okay, ich komme wahrscheinlich über beide Wege hierher. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Oh! 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 Hä? Okay, ich wollte gerade fragen. Will er nicht irgendwann mal schießen? Na, wie viel hält er aus? Okay. So viel hält er aus. Munition checken. Schachtel ist noch zu groß dafür. Portal. Wo schickt mich das denn hin? What the... Was? Natürlich. Warum nicht? Das ist doch einer hier mit dem... Okay. Das ging gerade noch so. Das Level-Design ist echt genial gemacht hier. Einfach mal ein Labyrinth eingebaut. Ich habe keinen Schuss mehr. Sag das doch. Okay. 100 Schuss haben wir jetzt wieder. Gute Nacht. Der hat eine Granate verloren. Oh Gott, hier stehen auch nochmal zwei. Hi! Okay, ich darf nicht einfach stehen bleiben. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt noch weiter voranschreiten, dass das noch um einiges schwieriger wird. Weil die Gegner halten nämlich langsam immer mehr aus. Und das wird bestimmt noch lustig. So, gehen wir mal hier durch. Wie komme ich da hin, ist die Frage. Hier rüber, ne? Ja. Hi! Und der nächste? Ah! Okay. Die sind eigentlich nur dafür da, dass man ein bisschen Granaten und Leben aufsammeln kann. Ich bin ja mal gespannt, wann wir den Granatenwerfer dafür kriegen. Weil sonst könnte ich ja keine Granaten einsammeln. So, wir müssen da also in diese Höhle. Und dann.